Beim Schweißen spielt neben der Qualität der Nahtvorbereitung auch die Geschwindigkeit eine wesentliche Rolle. Vorbereitung und Geschwindigkeit tragen dazu bei, dass Schweißer effizient arbeiten und Kosten gering halten können. Aber was kann ich machen, wenn ich ohne Schweißnahtvorbereitung schweißen will? Mit dem modifizierten Schweißprozess Arctic hat Fronius eine Innovation für das mechanisierte Verbindungsschweißen entwickelt, die das Verfahren schneller und wirtschaftlicher macht. Das Arctic-Verfahren des Schweißtechnikherstellers Fronius beruht auf dem Prinzip des Wolfram-Inertgas oder kurz WIC-Schweißens. Durch einen speziellen Brenner lässt sich der WIC-Lichtbogen mit Arctic noch gezielter fokussieren und seine Energiedichte deutlich erhöhen. Damit können Anwender in deutlich kürzerer Zeit bis zu 10 mm dicke, hochlegierte Bleche und Rohre verschweißen, ohne aufwendige Nahtvorbereitung. Der Arctic-Schweißprozess ist besonders für Anwendungen im Behälter- und Rohrleitungsbau, bei der Turbinenfertigung sowie im Kran- oder Tankbau interessant. Der Schweißbrenner verfügt über ein Elektrodenspannsystem, das eine Kühlung der Elektrode bis in die Spitze ermöglicht. Das erhöht den Gesamtwiderstand und führt zu einer hohen Lichtbogenspannung. Die Elektronenemission erfolgt hier auf einer kleinen Stelle und mit enormer Dichte. Der Lichtbogen ist dadurch schmaler und fokussierter. Die Kühlung verhindert außerdem das Überhitzende Elektrode während des Schweißens. Die Bedienung ist ähnlich wie beim WIC-Schweißen.